Und hier sehen die Mannschaftsaufstellung der Jungs in Rot PDV System im Tour, die Nummer 1, Tobias Jan. Mit der Nummer 2, Christian Köhler. Die Nummer 1, Friedrich Friedrich. Mit der Nummer 4, Tobias Lange. Die 5, Carsten Noah. Mit der 10, Robert Heffner. Und die 13, Chris Pötzke. Und während wir diese Mannschaftsaufstellung zelibrieren, steht hier das 1 zu 0. Der Führungstreffer für das Team der Gläsernen Manufaktur und der Torschütze ist der Spieler mit der Nummer 9, Jakob Riebelow. Jetzt wird die Mannschaftsaufstellung der Gläsernen Manufaktur der Jungs in Blau-Weiß. Die Nummer 1, Daniel Amel. Mit der Nummer 2, Marc Churzin. Mit der 3, Norman Noschka. Wie sehen die 4, Thomas Pohl. Mit der Nummer 5, Alexander Gebler. Mit der Nummer 6, Torschütze zum 2 zu 0. Daniel Netzer. Die Nummer 7, Martin Saikul. Mit der Nummer 8, Ronny Freudenberg. Mit der 9, Jakob Riebelow. Und die Nummer 10, Marco Müller. Mit der Nummer 7, Main Chance ver 역uert es wäre, wie Sie fielen. Daten werde, sagen Sie fielen aus. Im Ball comida. Behege kommt raus! So, der wird noch nie aufgeführt. Hey, hier war der Freistoß! Jawohl, jawohl! Wollten wir noch mal? Komm mit Nachweg nach! Es ändert nichts. Dieser Freistoß ist richtig gut ausgeführt. 3 zu 0. Und der Torschütze trägt die Nummer 9. Sein zweiter Terfer, Jakob Griebno. 2 zu 0. 2 zu 0. Welches ist denn? 2 zu 0. Gut, 2 zu 0. Ah, ich war ja in meiner Mannschaftsaufstellung vertieft. 2 zu 0. Okay, alles noch drin. 2 zu 0. Der Spielstand. Jetzt muss PTV mal nachlegen. Nagel-Acon. 1 Minute! 1 Minute! Halts voll. Turfsball rum. 8-3. 14-30. Azum. Alles klar? Ne, 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 ne! Kommt! Und Achtung! Richtig! Richtig! Zweiter vor, zweiter vor! Kommt nicht vor! Kassen! Kassen! Kommt! Lang auf, lang auf, lang auf! Jawohl, jawohl, lass ihn raus! Ja, ne, ganz hin! Ja, ne, ganz hin! Lang auf, lang auf! Lang auf! Kommt! Kommt rück her! Alle nimm mal in die Karte! Ja, ne, ne! Ja, ne, ne! Gut, krass! Ja, ne, ganz hin! Ja, ne, ganz hin! Und zu! Glock-O-Heisen! Ja! Ja! Ah, ab! Ooh! Glock-O-Heisen! Tja! Glock-O-Heisen! Tja! Ja, da! Abbau und runter! Abbau und runter! Abbau und runter! Bleib dich! Ich hätte zwei auf der Seite! Sehr gut! Raus! 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 Hey, wo man hinten sein? Gut! Das geht ins Arm! Reis! 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 Jawoll! Ach, schau! Ach, schau! Ist das okay? Ja! Geh! Geh! Glock! Reis! Hey, hey! Bransen! Komm Zar chưa, verkligen! Ja, ja, ja! Kom, Reis! Reis! Hölle, 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 Hölle! Hölle, 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 Hölle! Gute! Danke! Alter, Alter, Alter! Hey, hey! Vorsicht! Du musst nur hinsteigen! Weg! 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 Abschluss! Jetzt kommt er auf. Komm mit! Vorsicht. Eins, zwei. Nechstein. Nachts. W poorest, zwei, drei Meter, rechts, rechts! 1-2, nachtv-atvora infernal. 2-0íp manger. So wird ein Treffer für die Jungs im Blau-Weiß. So langsam muss die V1 nachlegen. Um noch mal zurückzukommen in das Spiel. Indirekter Freistoß. Und jetzt vielleicht der Spieler mit der Nummer 13 schon einige Male getroffen, aber... Chance vereidigt. So, das 15-Point-Sein gewesen ist ein drittes Treffer für den Titelverteidiger. So nenne ich sie mal. Denn das Turnier hat seit Leipzig sehr weit gegeben. Zweimal das Turnier in Driesen gewonnen. Und der Torschütze Walibe Rom 8, Ronny Freudeberg. Mitmachen mit, mitmachen mit! Tja, die Jungs haben anscheinend Befeindung gefunden. An Südorf, der längste TG der Welt. Gut. Gute W personnel. Wie geht's mit Give-Fulln? Komme Hände! Komme Hände! Komme Hände! Und wer dazu stellen? Ich stehe mal. Hin, 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 hin. Und dann Zeit, Zeit. Bitte. Bitte. Boah. So, bevor es gleich untergeht, nach dem Turnier-Team zerträgt die Siegeln. Tut mir noch einen gefallen. Jeder hat hier so ein bisschen seinen Cap aufgeschlagen. Das ist wunderbar. Schaut einfach gleich mal rechts zu links, ob da ein bisschen Böden liegen. So verrassend, wie wir sie aufgefunden haben, nämlich sauber und aufgeräumt. Das war der nächste Treffer, das war der vierte Treffer für die Gläserne Manufaktur. Und der Torschütze trägt die Nummer fünf, Alexander Gemeler. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Und gehen, gehen, gehen. Weiter, weiter, weiter. Nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. In der Reihe. Das war der Schluss-Trey, damit sagen wir herzlichen Glückwunsch. Die Gläserne Manufaktur gewinnt auch den Business Cup 2015. Hier in Leipzig wieder eine unbegefährdete 4-0-Final-Sieg.